Was ist passiert? Wo soll ich hin? Wer hört mir zu? Außer du. Es ist so nicht schwer, das macht es nur schwer. Ich denk nur an dich, mein Kopf bleibt nicht leer. Ich sehe nur dich, nur dein Gesicht. Ich glaub es nicht, sie wollen mich nicht. Trennen sie dich von mir. Ist es vorbei? Kämpfen wir nicht von hier? Ist es vorbei? Ist es vorbei? Ist es vorbei? Ist es vorbei? Ich erzähle jeder, meine Seele wurde erschossen. Ich erzähle jeder, ich hab mit dir abgeschlossen. Ich erzähle jeder, sie haben die Ziele erreicht. Ich erzähle jeder, ohne dich ist es nicht leicht. Ohne dich ist es nicht leicht. Denn ohne dich bin ich nur alt. Ohne dich ist es nicht leicht. Sag ihnen, ich wäre niemand und war dir nichts wert. Und du könntest mich nicht lieben. Du könntest mich nicht lieben und hast alles geklärt. Lüg sie ab und schick sie vor und gib ihnen dein Wort, dass wir uns nicht wiedersehen. Denn sie werden uns niemals verstehen. Denn sie werden uns niemals verstehen. Wir müssen heimlich widerstehen. Sonst trennen sie dich von mir. Ist es vorbei? Ja kämpfen wir nicht von hier? Ist es vorbei? 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 Ich erzähle jeder, meine Seele wurde erschossen. Ich erzähle jeder, ich hab mit dir abgeschlossen. Ich erzähle jeder, sie haben die Ziele reich. Ich erzähle jeder, ohne dich ist es nicht leicht. Ohne dich ist es nicht leicht. Denn ohne dich bin ich nur alt. Ohne dich ist es nicht leicht. Denn ohne dich bin ich nur alt. Ohne dich ist es nicht leicht. Denn ohne dich bin ich nur alt. Ohne dich ist es nicht leicht. Denn ohne dich bin ich nur alt. Ohne dich ist es nicht leicht. Ohne dich ist es nicht leicht. Ohne dich ist ... Untertitelung des ZDF, 2020